Hallo, schön, dass ihr da seid zu einem Gespräch mit Rechtsanwalt Gordon Pankala über einen Umstand, die Flüchtlinge aus der Ukraine betreffen, der den einen oder anderen wohl überraschen wird. Gordon, ich grüße dich, schön, dass du hier bist. Ja, hallo Paul, danke für die Einladung in deine Sendung. Gordon, du bist ja, wie wir alle wissen, Rechtsanwalt, was manche noch nicht wissen. Du bist ein sehr erfahrener Rechtsanwalt im Ausländer- und Sozialrecht, denn das war, glaube ich, mit so deiner Haupttätigkeit vor der C-Zeit. Ist das richtig? Das ist richtig, das habe ich gemacht. Sozialrecht, auch Ausländerrecht, Asylverfahren. Ich habe ja auch nie was gegen die Menschen persönlich. Es ist irgendwann natürlich auch eine politische Frage, ob man sich da so engagieren möchte oder nicht. Ich hatte beispielsweise mal einen Lkw-Fahrer. Die Kinder wohnten nicht in Deutschland und er wollte 20.000 Euro nachbezahlt haben. Also immer Ausländerrecht, meinst du jetzt? Nee, das war auch Sozialrecht im Übrigen. Das war ein EU-Ausländer und das steht ihm nach deutschem Recht auch zu. Das muss man so sagen. Und da habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob ich das so gut heißen soll, auch wenn der Mann ja Recht hat, zum Beispiel. Also du meinst, du bist ein Anwalt mit Skupel. Das ist schon selten genug. Ja, es geht nicht nur immer ums Geld. Und natürlich muss man auch sagen, mit den Flüchtlingen, die ich zu tun hatte, da gab es auch gute Jungs dabei. Auch damit das mal gesagt wird. Man muss nicht immer auf alle Flüchtlinge oder Asylbewerber schimpfen. Nein, da waren wirklich auch sehr motivierte Jungs dabei. Es waren aber auch welche dabei, die waren nicht so motiviert. Selbstverständlich. In Zeiten wie diesen, wo man sagt, muss man sich da von allem Möglichen mal distanzieren. Und das haben wir jetzt zur Vollständigkeit halber nochmal reingetan. Wir sprechen heute über eine Sache, die du gerade eigentlich erst rausgefunden hast. Du hast dich aus gegebenem Anlass etwas näher befasst mit den rechtlichen Konstruktionen zur Bezahlung der ukrainischen Flüchtlinge. Die meisten Menschen wissen, diejenigen, die die Ukraine verlassen angesichts des Krieges und nach Deutschland kommen, das sind einerseits eine Menge SUV-Fahrer, das wissen alle Berliner und Großstädter, fahren große AMG, alle möglichen Klassen durch die Gegend in Nobelkarossen, die auch noch kostenfrei zum TÜV können, die bekommen alle Bürgergeld, diese Menschen. Also jetzt lassen wir mal dahingestellt, ob es ihnen gegönnt sei oder nicht. Aber wer aus der Ukraine flüchtet und nach Deutschland kommt, wird hier vollfinanziert durch den Staat. So weit, so gut. Was ist jetzt besonders, was du rausgefunden hast? Ja, ich habe mich erst mal gefragt, weil wir haben ja eben darüber geredet, was ich früher gemacht habe. Da waren natürlich auch viele Leute aus Syrien dabei. Und damals war es ja auch so, das fing ja an mit der Flüchtlingskrise mit Angela Merkel. Der eine oder andere erinnert sich noch. Zu Merkel 15. Genau, wo Merkel dann meinte, man wird ja mal ein freundliches Gesicht zeigen dürfen, sonst ist das ja nicht mehr mein Land. Und so, und dann hat sie ja in einer Einzelentscheidung, ja, also ihr Königin Merkel gesagt, die können alle kommen aus Ungarn. So, das, meiner Ansicht nach, ist das ein Verstoß gegen das Grundgesetz gewesen, weil da steht es ja in Artikel 16a klar drin, nur die Leute haben Anspruch auf Asyl, wenn sie nicht aus einem sicheren Drittstaat kommen. Und das ist ja Ungarn. Und das war damals, Entschuldige, das war damals ja schon ein Disput, den Merkel dann hatte mit Hans-Georg Maaßen, seinerzeit eben noch in Merkels Diensten. Und Angela Merkel hat bekanntermaßen einfach per Ordre de Mufti gesagt, die dürfen kommen, das mache ich jetzt so. Genau. Es gibt ja auch diesen Film über sie, da hat sie gesagt, ich rufe mal den Altmaier oder wie hieß der an, der dick in einem Buffet war. Der ist Jurist, der muss das wissen. Und ja, dann hat sie es einfach gemacht. Und es hat dann der Professor Vosgerau versucht, für die AfD das mal rechtlich überprüfen zu lassen, kam da aber überhaupt nicht weiter. Also bevor wir zum Geld kommen, habe ich mich erst mal gefragt, wie kann das diesmal sein? Ja, weil ich habe im Bundestag keine Abstimmung darüber gesehen, dass die Bundesrepublik Deutschland Flüchtlinge freiwillig aufnehmen möchte. Habe ich nicht gesehen. So, und da habe ich mir das jetzt nochmal im Zusammenhang angeschaut. Und damals war es halt so, dass Vosgerau das überprüfen lassen wollte, feiterte aber dann daran, dass die Verfassungsbeschwerde für die AfD-Fraktion im Bundestag gar nicht angenommen worden ist, weil die AfD damals zu dem Zeitpunkt ja noch nicht im Bundestag saß. Du hast ja gesagt, AfD-Fraktion im Bundestag. Also es war die AfD, die da klagen wollte, aber sie saß nicht im Bundestag. Ja, genau. Sie kam ja erst später rein. Wir reden ja von 2015. Und sie kam ja erst später dazu. Und so, das sind aber Entscheidungen, die sind ja, sagen wir mal, langwierig. Und dass man das gar nicht zur Entscheidung angenommen hatte, ob das nun rechtens war oder nicht, wurde dann damit begründet, AfD war zu dem Zeitpunkt nicht da. Deswegen können die Rechte der Abgeordneten und der Fraktion nicht verletzt worden sein. Was aber merkwürdig ist, weil damals bei der sogenannten Pershing-2-Entscheidung war es genauso, wo die Grünen nachträglich den NATO-Doppelbeschwerden. Pershing-2, genau, ich wollte gerade sagen. Entschuldigung, das war, manche Jüngere wissen das nicht. Das war vor einigen Jahrzehnten, als wir beide noch jung waren. Ja, da haben die Grünen noch dagegen geklagt, dass die Atomwaffen bei uns reinkommen. Heute würden sie wahrscheinlich dafür klagen, man weiß es nicht. Ja, aber da wurde mit dem gleichen Argument gesagt, das wirkt ja fort. Und da hat man die Entscheidung damals angenommen, wenn auch abgelehnt in der Sache selbst. Und hier hat man die Entscheidung niemals angekündigt. Hat man irgendwie erklärt, warum man das heute nicht zulässt, aber damals erlaubt hat? Muss man den Professor Foskerau mal fragen. Also man hat es aus formellen Gründen, hat man tatsächlich in der Sache nie entschieden. Und jetzt habe ich mich gefragt, wie ist das denn diesmal gewesen? Also es gab doch keine Abstimmung im Bundestag darüber, wer jetzt hier kommen kann oder nicht kommen kann. Sondern man hörte immer nur, das hat ja die EU, hat das jetzt entschieden. Die Europäische Union, das kommt von oben. Ja, und in der Tat gibt es eine Richtlinie aus dem Jahr 2001. Die sogenannte Massenzustromrichtlinie der Europäischen Union. Und die hat man dann aktiviert. Ja, aber wie aktiviert man denn eine solche Richtlinie? Es ist immer die Frage der Zuständigkeit. Hier ist es so, dass die Bundesrepublik Deutschland auf jeden Fall zustimmen muss. Weil es geht ja auch um unsere Grenzen. Und da gab es dann eine Abstimmung zu dieser Aktivierung. Und das passiert im Rat der Europäischen Union. Und da sitzt dann drin, ich kann es jetzt nicht genau sagen, also entweder Olaf Scholz persönlich oder die Innenminister. Ich glaube, hier waren sie. Genau, hier war es dann Nancy, müsste es dann gewesen sein. Nancy Faeser oder wie sagt ihr immer? Fancy Nancy. Fancy Nancy. Fancy Nancy. Ja, genau, in eurem Podcast. Gut, und jetzt muss man sich das mal vor Augen führen. Damals hat man sich darüber beschwert, dass der Bundestag in seinen Rechten verletzt worden ist. Jetzt sagt man, die EU hat von oben entschieden, die Flüchtlinge dürfen kommen. Und aber nur dadurch, dass hier nur eine Innenministerin jetzt sagt, natürlich in Einklang mit den anderen Innenministern, das ist jetzt möglich über die EU. Und in meinen Augen ist es da schon so, dass ja auch wieder die Rechte eigentlich des Bundestages verletzt worden sind. Und es hat ja de facto nur einer darüber abgestimmt, dass sie generell kommen dürfen. Hat die AfD diesmal wieder versucht zu klagen? Soweit ich das weiß, nein. Soweit ich das weiß, nein. Okay. Ja, müssten wir auch nochmal den Foskerau einladen, auch zu der Frage. So, also auf jeden Fall wurde jetzt entschieden, die können kommen. Und was eben auch da drin steht, ist, die dürfen arbeiten. Sie dürfen arbeiten. Und sie sollen eine Chance haben auf Berufsbildung. Ja, also das muss dann national umgesetzt werden in deutsches Recht, weil es ist ja eine Richtlinie der EU, die wird dann umgesetzt. Ja, ob das jetzt alles so rechtmäßig ist, lassen wir mal dahingestellt bleiben. Und dann ging es ja weiter. Dann gab es damals, das war 22, das waren auch die Corona-Zeiten, so eine Konferenz der Ministerpräsidenten und Ministerinnen oder sowas, ja, mit dem Bundeskanzler. Und dort hat man dann gesagt, ja, okay, wir machen das so. Und wir werden auch das dann, um deine anfangliche Frage dann zu beantworten, so machen, dass wir eben diese Leistungen nach jetzt gar nicht dem Asylbewerber, also nach dem Asylrecht, Aufenthaltsgesetz, ja, Asylbewerberleistungsgesetz heißt es, glaube ich, genau so, vergüten wollen, sondern normal ins Sozialrecht rein. Das ist jetzt aber ganz wichtig. Du können jetzt einige denken und sagen, oh mein Gott, schlafe ich gleich ein, ist ja hier keine Jura-Vorlesung. Aber nein, das ist jetzt total wichtig, dieser Unterschied zwischen dem eigentlichen Asylrecht und der Tatsache, dass das erstmals, korrigiere mich, dass das jetzt für diese Flüchtlinge zum allerersten Mal rausgenommen wird aus dem Asylrecht und reingepackt wird ins Sozialrecht. Genau, das ist auch völlig systemfremd. Also Asylbewerberleistungsgesetz, da würde man normalerweise sein Geld herbekommen. Die haben es aber jetzt so gemacht, dass sie ist, ich habe es mir aufgeschrieben in Paragraphen, also es gibt nach dem Paragraph 24 Aufenthaltsgesetz, dürfen sie hier sein, wenn auch zeitlich beschränkt tatsächlich, da komme ich vielleicht später noch zu, und zusätzlich wurde ein neuer Paragraph geschaffen, das ist Paragraph 146 im SGB XII. Okay, das ist jetzt für Spezialisten, für Feinschmecker, aber warum ist das wichtig? Da steht halt drin, Sozialhilfe für Ausländer und Ausländerinnen mit Aufenthalt nach dem 24. Das heißt, man hat ja praktisch absolut systemfremd die Leistungen jetzt ins Sozialsystem gepackt. Ja, das passt gar nicht zusammen. Deswegen auch diese aktuelle Diskussion war ja der Dobrind-Vorschlag, die Flüchtlinge müssen gehen, wenn sie nicht arbeiten. Ja, aber hier wurde von der EU ja nur gesagt, Arbeitsmöglichkeit schaffen. Und jetzt wird ja schon so getan, als seien die Flüchtlinge wie eben Hartz-IV-Bezieher, wobei wir hier von SGB XII reden. Im SGB XII sind normalerweise die Leute drin, die dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen, beispielsweise Behinderte. Also Menschen, die gar nicht arbeiten sollen. Man hat diese ganzen Ukraine-Flüchtlinge in ein Rechtsgebiet verfrachtet, sozusagen übertragen im Sinne, wo sie eigentlich gar nicht arbeiten sollen, sondern voll versorgt werden sollen wie Behinderte. Ja, also nach dem SGB XII sind das halt Leute, die dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, es gibt natürlich dann auch nicht diese Sanktionsmöglichkeiten, die du ja normalerweise bei Hartz-IV oder jetzt Bürgergeld hast, würde ich sagen, die gibt es da gar nicht. Ich würde sagen, es gibt keinen einzigen, der da irgendwie sanktioniert wird, weil, wie gesagt, Flüchtlinge sollen da gar nicht arbeiten. Wieso haben die das gemacht? Also gab es da jetzt irgendeinen naheliegenden rechtlichen Grund, irgendeine Begründung, man sagt, das ergibt Sinn aus technisch-rechtlichen Gründen oder langfristig? Nein, ich finde, es gibt da überhaupt keinen Grund zu. Jetzt muss man aber auch sagen, die CDU hat dieser Sache ja ebenfalls zugestimmt, die jetzt so am kühmen sind, wie man in Köln sagt. Aber die haben dem ja zugestimmt. Das heißt kühmen. Meckern. Jetzt die CDU regt sich wieder auf, hat aber diese Regelung ja selbst zugestimmt. Und das ist also systemfremd, dass ein Flüchtling, ein Flüchtling hat ja eigentlich, und das ist ja auch vereinbart, diese EU-Richtlinie, die wurde nämlich aktiviert, sage ich dir ganz genau, am 4. März 2022 für zwei Jahre. Das heißt, sie gilt eigentlich bis zum 4. März 2024. Der ist um. Jetzt hat man es noch mal verlängert bis zum 4. März 2025. Das würde eigentlich bedeuten, am 4. März 2025 müssten alle Flüchtlinge gehen. So, und da ist es dann eben so, was sollen sie denn für Arbeit annehmen? Es wird auch von Integrationskursen, sollen sie teilnehmen. Flüchtling ist doch nur so lange da, wie in seinem Land Krieg ist. Danach soll er zurück. Das heißt, wir vermischen wieder diese ganzen Geschichten, Arbeitsmarkt, Flüchtlinge, Asyl, wie das die ganze Zeit gemacht wird. Also für mich ist das System fremd. Sie hätten eigentlich im Asylbewerberleistungsgesetz bleiben sollen. Und natürlich muss so ein Flüchtling, hat die Möglichkeit, aber er muss nicht arbeiten, Herr Dobrindt. Um noch mal ganz sicher zu gehen. Das betrifft jetzt ausschließlich die Flüchtlinge aus der Ukraine. Das heißt, all die, die da mit, die Merkel-Flüchtlinge, die seit 2015 dann kamen, also die im Wesentlichen Sozialeinwanderer aus allen möglichen anderen Ländern, die gehen nicht in dieses Behindertenrecht. Die haben also keinen Anspruch auf Behindertenrente, so aus meiner Laien-Sicht, sondern die werden nach den regulären Asylbewerber-Gesetzen. Richtig, genau. Okay. Betrifft genau diese Gruppe, man hat da, glaube ich, die da aus dem Gebiet kommen. Da hat man auch noch ein paar andere Nationalitäten, glaube ich, reingenommen. Aber das ist so ein Special-Ding jetzt hier, die in der Ukraine lebten. Aber es ist für diese Leute, ist das genau so gedacht. Ist das vielleicht schon ein Vorteil? Also ich meine, wenn ich jetzt, was sind denn jetzt die Folgen davon? Jetzt akzeptiere ich das. Sie sind also in diesem Sozialgesetzbuch 12, in diesem Behindertenrechtlichen Gesetzbuch. Welche Vorder- und Nachteile hat das für die Flüchtlinge und für die Steuerzahler? Also es gibt roundabout ein Hunderter mehr. Ja. Und es ist natürlich nicht so, wie Dobrindt sagt, dass man die jetzt zur Arbeit verpflichten könnte. Das ist Unsinn. Das geht überhaupt nicht. Wenn sie freiwillig das wollen, ja. Ansonsten nein. Ja. Und was ja auch vereinbart worden ist, es gibt ja keine Residenzpflicht. Also dass die in irgendein Asylheim oder sowas müssten. Sie können wohnen, wo sie wollen. Und das kommt ja obendrauf auf die, das sind ungefähr 560 Euro mittlerweile, Leistung 5,63, glaube ich, plus eben Wohnkosten. Und das würde mich mal interessieren, was da an Wohnkosten, das zahlen ja im Übrigen die Gemeinden. Auch ein Trick, warum man die Länder hat, zu Zustimmung bewegen konnte, den hat man nämlich zwei Milliarden, hat man denen gesagt, weil diese Kosten fallen ja an bei den Gemeinden, die jetzt am echtsten sind, weil die das ja alles bezahlen müssen. Das würde mich mal interessieren, was da die Gemeinden melden, was da an Kosten überhaupt anfällt. Und ob das nicht versteckt sozusagen in unserem Sozialsystem mittlerweile ist, da komme ich vielleicht dann auch noch zu. Was hat der Staat davon, Gordon? Entschuldigung, also ich verstehe das jetzt, was du sagst. Was bringt das dem Staat, diese Menschen so zu behandeln rechtlich? Welche Vorder-Nachteile? Ja, also ich habe eben das Gefühl, wenn Flüchtlinge Integrationskurse machen sollen, dass man gar nicht mehr vorhat, die irgendwann nach Hause zu schicken. Ich habe eben schon gesagt, es wurde bis 2025 verlängert. Es gibt einen Spezialbeauftragten bei der EU für diese Flüchtlinge aus der Ukraine, der jetzt schon gesagt hat, selbst wenn der Krieg enden würde, könnte man noch weiter Flüchtlingsbeiberecht haben, indem man dann sagt, dass die Aufbauzeit, Wiederaufbau, dazu gezählt werden muss und da geht er von zehn Jahren aus. Wer sagt das, Verzeihung? Da hat die EU so einen Spezialberater sich geholt für diese Flüchtlingsgeschichten. Das heißt, Kriegsende plus zehn Jahre. Plus zehn Jahre Wiederaufbau wurde da vorgeschlagen. Ist ja noch nicht beschlossen, aber wurde da auf jeden Fall mal ins Spiel jetzt schon gebracht, dass man die Aufbauzeit mit reinnimmt. Wir haben das ja auch ähnlich in Syrien, wo gesagt wird, ja, da ist ja gar kein Krieg mehr. Ja, das hat ja Dobrindt auch gesagt, in der Westukraine ist ja nichts, dem hat Strackzimmer mal nicht widersprochen und gesagt, auch da fallen natürlich Bomben und so weiter. Ja, also erstmal natürlich mehr Geld und dann diese Integrationskurse. Ich habe das Gefühl, lieber Paul, man will diese Leute wie Syrien, wie die Syrer, gar nicht mehr nach Hause schicken. Die sollen für immer bleiben. Entspricht ja so dem, was man von Nancy Faeser und Mitkomplizen so hört. Das erscheint plausibel. Ich bin noch nicht so ganz durchgestiegen, was das jetzt bringt oder wieso Sie das dann in das SGB XII getan haben. Also ich meine, das kann man jetzt sagen, ja egal, wenn Sie die nicht nach Hause schicken wollen, schicken Sie die eh nicht nach Hause, egal, ob die jetzt nach Asylbewerbergesetz kommen oder nach anderem. Hat das irgendwelche buchhalterischen Folgen? Kann der Staat da irgendwie tricksen und die Kosten verschleiern oder wozu nutzt das? Das muss für Nancy Faeser sagen. Vielleicht auch ein bisschen die Kosten, sage ich mal, zu verschleiern, meiner Ansicht nach. Ein Punkt ist mir aber auch noch aufgefallen und zwar gibt es ja, sagen wir mal, diese Vermögensprüfung. Weil in Deutschland kriege ich nur Sozialhilfe. Das war ja das, was Schröder gesagt hat. Erstmal musst du dein eigenes Geld verbrauchen und ich kenne es ja aus den Sozialrechtsfällen, da wird alles gecheckt, ob da nicht irgendwo noch 5 Euro rumliegen. Hier ist es so, da gab es eine Anfrage einer AfD-Abdorten, die Frau Hui, heißt sie, glaube ich, H-U-Y wird sie geschrieben, Gerrit Hui, die gesagt hat, wie ist das denn mit der Vermögensprüfung bei den Ukrainern? Wir haben ja eben von diesen SUVs geredet oder vielleicht hat der eine oder andere ein Schloss, meldet sich hier an und kriegt dann... Der Verschlösser weiß ich nichts, aber wenn ich mal nach Berlin fahre, weiß ich, SUVs gibt es reichlich und zwar der guten Sorte. Also die Frage ist einfach, ein Deutscher müsste ja die Hose runterlassen und alles vorlegen. Und da hat sie gesagt, wie wird das denn da gemacht? Und da ist dann die Antwort der Staatssekretärin von Nancy Faeser, Annette Kramé, heißt sie, glaube ich, Kramé, ja genau, vom 14. Juli 22, war dann ungefähr so, ich fasse das jetzt mal kurz, wenn diejenigen angeben, sie hätten Vermögen, dann würde man der Sache nachgehen. Ansonsten nicht. Hierzu wird eine Erklärung im Rahmen der Ausstellung abgegeben. Vermögensprüfung findet dementsprechend nur statt, wenn der Antrag stellen angeben, über erhebliches Vermögen zu verfügen. Das ist ja wunderbar. Also ich fahre jetzt mit meinem SUV zum Amt, steige aus dem 250.000 Euro Auto, gehe da rein, sage ich habe kein Geld und dann war es das. Ja genau, also wenn ich nicht selber angebe, ich habe was, wird es nach der Staatssekretärin nicht überprüft. Während jeder Deutsch, der im Sozialsystem ist, natürlich alles offenlegen muss. Auch nochmal, ich will jetzt nicht pingelig sein, ich bin kein Jurist, auch wenn er in diesem SGB XII ist. Ja, auch wenn er da drin ist. Natürlich. Also ein Millionär kriegt kein Sozialgeld. Ist doch klar. Ach verdammt. Du bist es halt, ja. Okay. Genau. So, zusätzlich ist es ja so, mit der Geldverschleierung, das, und das war jetzt auch die Kosten der Krankenversicherung, ist auch ein sehr aktuelles Thema. Die Krankenversicherungen machen ja Minus ohne Ende und die Beiträge sollen steigen. Bei Tischis Einblicken habe ich jetzt gesehen, auf 17 Prozent mittlerweile. Also ich zahle mich auch blöd, ich bin ja noch in dieser gesetzlichen Krankenkasse. Ich warte dazu, Deutschland zu verlassen. Ja, gar nicht schlechte Idee. Aber jetzt zahlt die Bundesregierung für die Flüchtlinge, zahlt ja ein, aber einen sehr geringen Betrag, ich glaube, es sind 120 Euro, da angebe ich jetzt nicht drauf fest. Tatsache ist natürlich, wenn du eine Million reinholst und die alle nur den Mindestbetrag zahlen, müssen ja alle mitversorgt werden, dass das dann natürlich die Kosten steigert für die anderen Mitversicherten, die Privatversicherten sind dann im Übrigen raus, die finanzieren es nicht mit. So, das heißt, von den gesetzlich Versicherten, das sind ja auch versteckte Kosten, steigt die Krankenversicherung, weil die anderen ja mitfinanziert werden müssen. Ja, und das ist natürlich auch ehrlich gesagt unglaublich in meinen Augen. Es gab ja von der Zeit, vor einigen Monaten, ich will nicht lügen, ich glaube, drei, vier Monate wird es her sein, gab es diese bekannte Statistik, dass von den Ukrainern, die nach Deutschland kamen, ein Bruchteil nur arbeitet. Ja, das war der kleinste Teil, kann man sagen. Also sagst du jetzt, so war das gedacht. Offenkundig war es vom Gesetzgeber gar nicht gewollt, dass die arbeiten. Es gibt überhaupt keinen Anspruch gegen diese Menschen, dass sie arbeiten, wenn sie das können. Genauso wird auch ihr Vermögen nicht überprüft, die werden voll versorgt und das mindestens nach der jetzigen Absichtserklärung bis zu einem Kriegsende, das es noch nicht gibt, plus zehn Jahre. Ja, ob der dann durchkommt, wissen wir nicht oder ob sie dann drei Jahre draus machen. Aber in der Tat, es ist natürlich auch völliger Populismus von Dobrindt zu sagen, die müssen jetzt arbeiten gehen, weil sie sind ja explizit nicht in diesem SGB II fördern und fordern, sondern in 12 und da wird dann nichts gefordert. Belege müssen sie auch nicht erbringen. Ja, Krankenversorgung ist auch da und Residenzpflicht gibt es auch nicht. Ja, also kann man eigentlich ohne irgendeine Zuspitzung sagen, das sind Luxusflüchtlinge oder Luxussozialhilfeempfänger, erster Güte und das scheint mir wie ein staatlicher Sozialbetrug. Was heißt staatlicher Sozialbetrug? Also es könnte einer sein, wenn man Geld hat, man muss es ja nicht vorlegen. Es ist auch schlicht nicht überprüfbar für die Bundesregierung. Es ist ja nicht überprüfbar. Diese SUVs, also ich sehe die, wenn ich da auf die Straße gehe, da ist ein Nummernschild dran, da steht Ukraine, die stehen vor mir, das ist überprüfbar. Ja, aber es wurde ja angefragt und da wurde gesagt, nur wenn man selber angibt, man hätte ein beträchtliches Vermögen, dann wird überprüft, ansonsten wird es nicht überprüft, weil wie willst du das auch, wie willst du das auch technisch machen? Sagen wir mal Unterlagen, ob jemand zum Beispiel Wohnungen hat oder ein Haus oder so, ja. Wie willst du die aus der Ukraine einholen? Es ist ja einfach tatsächlich nicht möglich, wenn du jetzt den Begriff Luxusflüchtlinge wählen willst, zumindest in dem Sinne, ja, weil sie auf jeden Fall 100 Euro mehr kriegen als die normalen Flüchtlinge. Das ist dann schon bei einer Million mal 100 Euro im Monat, also ich meine, da kommt einiges zustande, sage ich mal. Es geht ja jetzt bei dem Thema nicht darum, irgendwelchen kriegsgeschädigten Menschen ihre 100 Euro zu neiden und zu sagen, jetzt muss man es von denen nehmen, die nichts mehr haben, sondern wenn man es jetzt so zuspitzt, der Skandal liegt ja darin, dass offensichtlich der deutsche Staat es von Anfang an darauf angelegt hat, hier dauerhaft Menschen zu alimentieren, ohne dass sie irgendwie in Verantwortung gestellt werden und das erwirtschaften müssen und vor allem ja darüber offensichtlich keinerlei Bekanntmachung nach außen gegeben hat. Wie bist du jetzt darauf gestoßen? Hattest du mal zu viel Zeit und bist abends in die Bibliothek gelesen? Ja, ich habe das alles jetzt mal recherchiert. Ich habe mich da wirklich gefragt, wie ist das denn alles gelaufen? Also das, was mich eigentlich besonders ärgert, ist, dass hier wieder eigentlich der Deutsche Bundestag übergangen worden ist. Da wird gesagt, da gibt es eine Richtlinie, das müssen wir jetzt umsetzen. So, und das ist ja einfach nicht so. Das waren ja jetzt die aktuellen Themen, die Steigerung der Krankenkassengelder oder der Dobrind-Vorschlag, die sollen nochmal arbeiten gehen. Das ist natürlich kompletter Unsinn, den der macht oder den der sagt. Und der weiß es. Ja, also entweder ist es so doof, dass er es nicht weiß oder er tut so oder er ist wirklich so doof. Also ich denke, dass es ein intelligenter Mann ist, deswegen müsste er es eigentlich besser wissen. So, für mich ist es aber eigentlich das Gemecker der CDU insofern auch unverständlich, dass man ja zum Beispiel ja auch hätte eine Obergrenze festlegen können. Wenn man sich schon auf so etwas einlässt und sagt, ja, wir sind freiwillig bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Die EU hat es gesagt, also die Innenminister der EU haben es gesagt, dann müssen wir es auf einmal tun. Ja, das ist, finde ich, schon wirklich übergehend des Deutschen Bundestages und des Deutschen Wählers mal wieder. So, aber warum macht man eigentlich nicht eine Obergrenze? Ja, man könnte doch sagen, das, was jetzt an unserem Sozial, wenn jetzt der Krieg sich da noch weiter ausbreitet und davon ist ja fast auszugehen, ja, es werden ja wieder Waffenlieferungen genehmigt und so weiter. Stell dir mal vor, es kommen neben der, jetzt, wir wissen es nicht, es ist eine Million, anderthalb Millionen, die Zahlen variieren ja da, wenn wir auf einmal vier, fünf Millionen drin haben. Wie wollen wir das denn noch finanzieren? Da ist mal wieder nicht nachgedacht worden. Oh Gott, da musst du dir keine Gedanken machen. Ich glaube nicht, dass du noch jemand in Deutschland bleibst. Nein, Entschuldigung, das ist jetzt sehr sarkastisch und sehr zynisch, aber wir können zumindest festhalten bei aller Spekulation über die Zukunft, das ist so angelegt. Also man kann nur meinen, die wollen das so regeln, die wollen das auf Dauer, auf Dauer als Versorgungssituation so einrichten. Wir können uns abschminken, dass die jemals in die Not kommen zu arbeiten, weil ich meine ganz ehrlich, wäre ich jetzt ein ukrainischer Flüchtling in Berlin und ich habe einen gesetzlichen Anspruch, darauf nicht arbeiten zu müssen. Naja, also, ne, und kriege mein Geld trotzdem. Dann kannst du das einfach nicht zum Arbeiten zwingen. So, das ist einfach Systemverwechslung. Ja, das funktioniert vielleicht bei Hartz IV. Da hat man ja auch mit dem Bürgergeld was ganz, was Tolles festgelegt. Man darf nur 30 Prozent sanktionieren. Ja, es ist sowieso vom Verfassungsgericht so. Du kannst niemandem komplett das Geld wegnehmen, das verstößt gegen die Menschenwürde. Also, man hat eigentlich nur das umgesetzt, was sowieso rechtlich anders gar nicht gehen würde. Ja, also auch für die Bezieher der Langzeitarbeitslosen. Ja, und ja. Moment, aber man kann ja schon kürzen. Also, da hat der Staat schon einen Anspruch, dann sagt, wenn du arbeiten kannst, musst du. Und das haben wir hier eindeutig nicht bei diesen Flüchtlingen aus der Ukraine. Ja, das hat man aber auch bei anderen Flüchtlingen nicht. Das muss man sich einfach überlegen. Flüchtlinge sind ja nicht dafür da, was Dobrindt sagt. Du kannst kommen, wenn du hier arbeitest. Ja, man vermischt wieder diese Systeme. Und die jetzt eben direkt ins Sozialsystem reinzupacken, das zeigt auch wieder diese komische Vermischung der Systeme, diese Verwechslung zwischen Arbeitssuchenden, Fachkräftemangel, Asyl und hier eben Flüchtlingen. Es wird eben da wieder durcheinander gebracht. Kannst du als Kundiger da sagen, kann man erkennen, was da das Motiv des Staates nun ist? Was haben die davon? Ich bin da, ehrlich gesagt, ratlos. Also ich weiß nicht, was ein Staat dazu treibt, solche Regelungen zu treffen, auch wirklich wieder ohne jede Obergrenze zu sagen, da kann jeder Flüchtling kommen. Ich hätte ja gesagt, es können, sagen wir mal, 500.000 kommen. Das wäre noch verkraftbar gewesen. Aber warum das nicht geregelt wird, ist es Dummheit, ist es Absicht? Da müssen wir wirklich die Frau Faeser fragen und die Ampelregierung, was sie sich eigentlich bei dieser Regelung gedacht haben. Warum sie dieser EU-Regelung der Massenzustrom, wie hieß sie nochmal genau, Massenzustromrichtlinie, warum die so einer Sache überhaupt zugestimmt haben. Okay, dann Abschlussfrage an dich, Gordon. Was meinst du, wie schätzt du es ein? Meinst du, Faeser und Konsorten wollen einen Massenzustrom nach Deutschland? Kommt einem ja fast so vor. Welch Anwaltsantwort, die typische Juristenantwort. Es könnte sein und kommt darauf an, aber ja, natürlich, wir wissen es nicht. Man könnte spekulieren. Vielleicht ist auch, unser Herz ist groß, aber unsere Möglichkeiten sind beschränkt. Das hat doch mal ein Ex-Bundespräsident gesagt. Vielleicht könnten Sie sich daran mal erinnern, an diese Geschichte, dass man eben nicht einfach Millionen von Leuten helfen kann, ohne dass das eigene Sozialsystem irgendwann zusammenbricht. Amen. Gordon, ich danke dir für diese Aufklärung, für diese Aufarbeitung. Und ich habe so den Eindruck, da werden wir nochmal zu zusammenkommen. Das Thema ist ja nicht vorbei. Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also, wenn der Krieg sich jetzt ausweiten sollte, können wir ja noch mit, weiß ich was, mit weiteren Millionen Flüchtlingen rechnen. Und dann? Wie soll ich denn dann meine Krankenversicherung werden? Ich würde mich eher mal umgucken, wie das Flüchtlingsrecht in anderen Ländern ist. Ich habe nur das Gefühl, dass irgendwann der Dreck in eine Richtung weiterzieht. Aber das ist ja nur so ein Gefühl. Vielleicht treffen wir uns dann da auch live wieder. Ich danke dir sehr, dass du heute da warst und wünsche alles Gute. Auch so. Grüße. Euch da draußen natürlich auch. Danke fürs Einschalten. Wenn ihr wollt, da solche freien Produktionen wie diese hier auch aus dem Schutz des Auslandes möglich sind, aus der Ferne nach Hause nach Deutschland, dann seid so gut und geht auf paulbrandenburg.com und lasst ein paar Cent dafür die Fortsetzung. Ich danke euch dafür und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut.